ja herzlich willkommen zum dritten teil der videoserie mehrere zu lieben ich habe hier immer noch susanne und roger neben mir wir werden jetzt nicht noch mal ich werde jetzt nicht noch mal fragen wer sie sind bitte guckt euch das erste und das zweite video an dass im ersten video gucken wir uns die eigene geschichte von den beiden an und widmen uns der frage welche formen gibt es da überhaupt mehrere zu lieben also was könnte dafür dich vielleicht stimmig sein das kannst du da im ersten video rausfinden im zweiten haben wir uns der brenzlichen frage gestellt für wen ist es vielleicht nicht geeignet mehrere zu lieben wer da gerade an dem punkt ist ist es überhaupt was für dich die fragen für dieses video lauten wie können alle aus der begegnung aus dem zusammensein mit einem gewinn rausgehen und was ist das potenzial dieser liebesform und diese frage gebe ich auch gleich mal an dich susanne was ist das potenzial dieser liebesform also jetzt mal rückblickend auf die vielen jahre womit ich mich damit beschäftige ist das potenzial für mich vor allen dingen dass ich werte in mir kreiert habe wie die achtsamkeit mitgefühl was bedeutet eigentlich wirklich inneres glück für mich was heißt es vertrauen zu geben ja ein vertrauensvorschuss zu geben ja was heißt es überhaupt zu vertrauen was heißt eigentlich wirklich treue ja heißt es treue wenn ein mann eben 20 jahre lang zwar nicht mit einer anderen schläft aber eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun hat sage ich jetzt mal ganz ganz krassen oder ist treue da wenn wenn man tatsächlich miteinander so committed ist dass man sich alles sagt was gerade wirklich wichtig ist man muss sich nicht alles sagen aber wenn ich merke da wird es mir richtig heiß wenn ich das dem anderen jetzt sage meine wahrheit ja dann hat das für mich ganz viel mit einer treue zu dieser anderen person zu tun genau bei der treue bin ich jetzt mal ein bisschen ins detail gegangen und das potenzial ist an der stelle tatsächlich menschlich wirklich zu wachsen ich bin herausgefordert wirklich zu wachsen das kann auch in anderen beziehungsformen so sein das möchte ich denen nicht absprechen aber in dieser habe ich sehr stark erlebt möchtest du zu der frage noch was sagen ja also für mich ist das potenzial dieser liebesform wenn das zwei drei oder mehr wert dass es für mich die ganz praktische umsetzung davon ist dass mein herz sehr groß ist dass ich viele lieben kann und wir sagen das ja manchmal theoretisch ja ich habe ein großes herz ich bin mit dem universum verbunden und das ist diese möglichkeit nicht muss muss es wie gesagt nicht für alle menschen geben für manche menschen ist es richtig ganz monogam zu leben diesen weg zu folgen aber für die menschen die diesen inneren ruf haben dass die weitung des eigenen herzens ganz praktisch umsetzbar ist dadurch dass ich mehr menschen einladen in meinem leben das ist ein super potenzial ein weiteres potenzial ist was jeder mensch kennt dass wir wenn wir menschen schon mal geliebt haben dass wir die nicht mehr verstoßen müssen aus unserem leben weil ein neuer mensch dazu kommt sondern dass sie weiter so wie es passt und wenn es auch passt sinnlich dann auch sinnlich oder herzlich dass die in unserem leben platz behalten dürfen auch wenn wir neue partnerschaften eingehen ist ein elementar bestandteil für mich von mehr liebe ganz großer schmerz manchmal für viele menschen dass man einen partner fast verstoßen muss oder verstoßen wird weil der neue mensch dazu kommt sagt nee ich möchte dass du keinen kontakt mehr hast für mich auch ein aspekt der mehr liebe wenn ich einen menschen immer geliebt habe liebe ich ihn und da hat jeder neue mensch dazu kommt braucht respekt für die menschen die schon da waren oder auch noch weiter da sind das ist das potenzial auch diesen teil zu heilen ja da finde ich war für mich irgendwie auch so eine neue neue erkenntnis dass ich quasi wenn ich zu jemanden anderen gehe neben meinem partner dass ich meinen partner trotzdem mitnehmen also dass ich nicht einen wegschneiden muss um das andere möglich zu machen sondern dass die dann alle in meinem herz wohnen und dass ich immer wo ich hingehe nehme ich die alle mit das fand ich irgendwie schön ja genau und als letzte frage unserer dreiteiligen reihe da geht es um den gewinn was ist der wie können alle teile teilhabenden teilnehmenden mit dem gewinn daraus gehen also was ist da wichtig einen ganz großen gewinn von dem sich dem zu widmen überhaupt erst mehrere zu lieben ist dass ich förmlich gezwungen bin in den mokassins des anderen zu laufen dass ich wenn ich mich anfange wirklich hinein zu fühlen in die andere frau die zum beispiel auch meinen mann liebt wenn ich mich da wirklich hinein begebe dass ich dann nicht drum herum komme ganz sie zu fühlen und ganz in eben in ihren schuhen zu laufen und das ist tatsächlich etwas was ich glaube was in dieser welt sehr von vorteil ist also das ist ein allgemeiner gewinn wenn ich mehr anfange da mich in die in die schuhe des anderen hinein zu stellen ich glaube dass ein grund übel im moment ist in der welt dass wir uns immer wieder sehr separieren und dass dadurch eben streit und krieg entsteht jetzt mal in der kurzform gesagt und indem ich anfange mich ganz in den anderen hinein zu versetzen kann ich das gar nicht mehr also mich so zu separieren also es ist fast eine ich sag mal eine spirituelle aufgabe anzuerkennen dass ich auch du bin und du auch ich ja welcher aspekt von frau bist du in mir ja und das ist tatsächlich ein gewinn in dem ich über die jahre gemerkt habe dass ich eigentlich je mehr aspekte ich aufgenommen habe umso friedlicher umso mehr verständnisvoller ich für andere frauen und andere männer also andere menschen geworden bin also es sind richtig große dimension an diesem thema das finde ich sehr schön danke dass du das reinbringst Roger wie geht es dir mit der frage fällt dir da noch etwas ein was der gewinn ist für alle beteiligten ich finde dass du es schon sehr schön umrissen hast also auch ich als man kann sagen dass in diesen liebesnetzwerken wo ich unterwegs bin wo ich mehrere liebe dass es meinen kontakt zu den männern vertieft hat also dass wo vorher konkurrenz war vielleicht misstrauen kann durch diesen gemeinsamen weg kann eine ganz andere art von von nähe entstehen von verständigung von vertrauen was bisher was ich vorher noch nicht so in meinem leben erlebt habe und das hat mit der bereitschaft zu tun da zu bleiben sich auseinanderzusetzen sich wohlgesonnen wohlgesonnen gemeinsam zu wachsen das ist ein wunderbarer gewinn in dieser liebesform ja ich merke wenn ihr so erzählt das regt mich wirklich so zum nachdenken an und ich hoffe ihr konntet auch einiges mitnehmen wie gesagt schaut euch die anderen beiden teile noch an da sind auch viel also ein großer reichtum an erfahrungen an euren erfahrungen die ihr da teilt ja also gemeinsam habt ihr über 50 jahre polyamore oder mehrere zu lieben erfahrungen und genau und wenn euch das jetzt mehr interessiert die beiden haben auf ihrer webseite artikel einmal über ihre eigene geschichte also ich lerne immer sehr viel über die eigene geschichte auch und auch über das thema einfach noch mehr nachlesen könnt es gibt auch noch andere videos von euch und da jetzt auch noch die möglichkeit natürlich seminare zu besuchen so wie ich die beiden auch kennengelernt habe was ich wirklich euch sehr ans herz legen kann die sind da sehr liebevoll offen und persönlich also jeder wird da abgeholt wo er gerade steht und ihr habt eine ganz tolle jahresgruppe die ihr startet wollt ihr da mal zwei drei worte zu sagen also wir werden ab 2019 eine trainingsgruppe für mehrere zu lieben starten weil wir gemerkt haben es ist ein thema was wenn man sich damit beschäftigt braucht es zum einen ausdauerzeit und es braucht eine bestimmte regelmäßigkeit wenn du zu einmal zum seminar kommst okay wie lieber lerne ich mehrere zu lieben da kriegst du einen geschmack davon aber eigentlich braucht es begleitung und zusammenkommen wieder mit den gleichen menschen einen austausch unter gleichgesinnten damit uns das damit wir uns gegenseitig stärken nähren hoffen machen können austauschen darum werden wir eine trainingsgruppe anbieten 2019 die webseite verlinke ich euch auf jeden fall unten in der infobox und da könnt ihr dann alles ganz genau also die daten und so nachschauen und ja ich danke euch sehr dass ihr euch die zeit genommen habt und für die inspiration und ja wünsche euch alles gute auf dem weg und ja vielen dank für die möglichkeit dann tschüss tschüss geht 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 Untertitelung des ZDF, 2020